Heute stellen wir euch ein sehr praktisches Gerät vor, einen Brotbackautomaten, und zwar den Brotbackautomaten der Firma Unold 8695. Für den Liebhaber von frischem Brot ist ein Brotbackautomat ein absolutes Muss, denn ein solches Gerät hilft dabei, jeden Tag frisches Brot in den unterschiedlichsten Variationen auf den Tisch zu bringen. Der Fantasie und dem eigenen Geschmack sind da kaum Grenzen gesetzt. Der Brotbackautomat übernimmt alle Funktionen in einem Gerät, d.h. man muss lediglich die benötigten Zutaten für das gewünschte Brot in die Backform füllen und auf Start wird mit dem entsprechenden Programm drücken. Das war's schon. Die Knethaken vermischen die Zutaten zu einem Teig. Solltest du einen Hefeteig zubereiten wollen, übernimmt der Automat auch das Aufgehen des Teiges und mischt anschließend den Teig nochmals durch, bevor der Backprozess beginnt. Am Ende des Backvorgangs ertönt ein Signalton und auch der leckere Duft wird schon verraten, das Brot ist fertig und kann nach dem Abkühlen frisch gegessen werden. Viele Brotbackautomaten sowie auch der UNOIL 8695 verfügen über einen Timer, d.h. du kannst abends das Gerät vorprogrammieren, alle Zutaten in das Gerät eingeben, den Timer einstellen und hast morgens früh frisches Brot, wirst wahrscheinlich schon mit dem köstlichen Duft des Brotes geweckt. Eine tolle Sache, gerade für das Frühstück bzw. für die Pausenbrote oder ein leckeres Sandwich für die Arbeit. Es gibt Brotbackautomaten in verschiedenen Größen. Der UNOIL 8695 hat ein Fassungsvermögen für ein Brot von 750 g bis 1 kg. Das ist eine gute Portion. Zu alt will man das Brot eh nicht werden lassen. Also gerne jeden Tag ein Brot machen. Besser geht es gar nicht. Der Rezeptvielfalt sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Besonders für Allergiker ist diese Zubereitungsvariante perfekt, da alle Zutaten auf den Konsumenten abgestimmt werden können. Es wird auch nie langweilig, weil es gibt so viele Variationsmöglichkeiten. Im Handel gibt es unheimlich viele Brotbackmischungen, die auch gar nicht mehr teuer sind und man kann jeden Tag wirklich ein unterschiedliches Brot machen. Ob hell, ob dunkel, wie man mag. Alles, alles auf Wunsch. Oder auch zwei Brote. Der eine ist lieber das hellere Brot, der andere lieber das dunklere Brot. Kein Problem. Der UNOIL 8695 verfügt über zwölf gespeicherte Programme. Darunter befindet sich auch ein Programm, was sehr wichtig ist in der heutigen Zeit, um ein glutenfreies Brot herzustellen, sowie ein individuelles Eigenprogramm. Das heißt, du kannst hier selber versuchen, deine Rezepte auszuprobieren. Spannende Sache, wenn man selber seine eigenen Kreationen machen kann. Aber du kannst auch ein helles Brot herstellen, ein Vollkornbrot, mal was Süßes, ein Rosinenbrot oder auch wie wäre es mal mit einem leckeren Pizzabrot. Alles kein Problem mit diesem Gerät. Es stehen dir drei einstellbare Bräunungsgrade zur Verfügung. Eine automatische Warmhaltefunktion sorgt dafür, dass das Brot auch nach dem Backen nicht zu schnell auskühlt. In die Backform können Brote von 750 Gramm bis 1 Kilogramm individuell gebacken werden. Zubehör wird mitgegeben, also es kommt natürlich die antibeschichtigte Backform, in der auch wirklich nichts anhaftet. Ein Knethaken, ein Hakenspieß, ein Messbecher und ein Messlöffel sowie eine Bedienungsanleitung. Das ist klar. Das Gerät hat eine Leistung von 600 Watt. Ein Brotbackautomat hilft dir wirklich dabei Energie zu sparen, denn eine Zubereitung im Backofen für ein Brot ist wesentlich energieaufwendiger und auch teurer. Und du musst bedenken, dass der Tag vorher noch vermischt werden muss, gegebenenfalls noch gehen muss. Das erledigt ein Brotbackautomat. Alles für dich. Das bedeutet weniger Schmutz und weniger Abwasch in der Küche. Praktische Sache. Nochmal zur Reinigung. Das ist alles super einfach, weil die Backform nichts anbrennen lässt, wird nichts in der Backform kleben. Die Antihaftbeschichtung sorgt dafür. Meistens reicht es aus, die Form einfach nur mit einem feuchten Tuch und ein wenig Spülmittel auszuwischen. Und fertig ist die Form für die nächste Zubereitung. Der Timer nochmal lässt sich bis zu 13 Stunden im Voraus programmieren und garantiert damit einen frischen Brotgenuss zum Frühstück. Wenn du abends ins Bett gehst, alle Zutaten reintun. Morgens kannst du natürlich auch weniger als 13 Stunden nehmen. Wie du aufstehst, kein Problem. Sich einen Brotbackautomaten anzuschaffen, ist wirklich eine tolle Sache und eine lohnenswerte Entscheidung für die Familie. Denn wir lieben es alle, täglich frisches Brot zu haben. Und gerade in verschiedenen Variationen, da wird nichts langweilig. Zurzeit lohnt es sich besonders, denn der Automat ist mit seinem Preis unheimlich attraktiv. Unter 100 Euro ist er zurzeit zu bekommen. Wenn ihr über unseren Link klickt, könnt ihr zurzeit über 30 Euro sparen. Das ist wirklich eine Menge. Für das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt in diesem Falle zu 100%. Dann möchte ich sagen, lasst euch verwöhnen vom frischen Brot. Es ist wirklich eine tolle Sache, einen Brotbackautomaten zu haben. Gerade dieser U986-95 ist im Design relativ kompakt von den Ausmaßen und eigentlich auch ein Hingucker auf der Arbeitsplatte, wo man sich, wenn man genügend Platz hat, überlegen kann, das Gerät die ganze Zeit griffbereit auf der Arbeitsplatte stehen zu haben. Wie gesagt, eine tolle Idee, praktische Sache, kein Gang zum Bäcker mehr nötig, weil du bestimmst, welches Brot morgens auf den Tisch kommt. Gerne hören wir von euch, wenn ihr schon einen Brotbackautomaten habt. Wie oft die ihn anwendet, ist eine interessante Sache, denn es gibt wirklich Leute, die backen täglich zwei Brote, weil der eine lieber das helle Brot mag und der andere lieber das dunkle Brot. Solltet ihr noch am überlegen sein, denkt an die Vorteile. Es ist wirklich super, super, super praktisch. Über den Link momentan, 30 Euro sparen, nochmal ein super Argument, dieses Gerät gerade zu kaufen. Dann lasst es euch gut gehen und ich wünsche euch einen guten Start in den Tag mit einem super leckeren Brot aus diesem 86-95.